Hallo liebe Freunde auf Youtube, Facebook und Co. Motorradreise TV meldet sich von der Intermot 2016 hier aus Köln. Wir sind für euch die ganze Woche hier unterwegs, das heißt in den nächsten Tagen findet ihr bei uns auf den Kanälen natürlich viele Fotos und natürlich auch einige Videos über die Neuvorstellungen, die es hier in Köln gibt. Heute war der Pressetag, wir haben einige Entfüllungen gesehen, davon gibt es jetzt schon mal für euch einen kleinen Zusammenschnitt. Ja und wir sehen uns in den nächsten Tagen, bis dann! Wir sehen uns in den nächsten Tagen. 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 Wir sehen uns in den nächsten Tagen.